So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Survival Sunday, hier auf meinem Kanal. Ja, mit dabei heute mal TheFinish LP. Hallo. Ich war gerade dezent verwirrt, mal wieder mal. Solltest du? Egal. Ja, passt schon. Und der Don Franke 1300 oder 1300, keine Ahnung. 1300. Okay, 1300. Ja, der begleitet uns jedenfalls heute auch noch. Und... Heute PR'n quasi als Gast oder auch was weiß ich. Wenn's heute gut läuft und wir leveln 50 packen, machen wir vielleicht sogar noch weiter. Oh Gott. Keine Ahnung, ich zieh euch schon durch. Ich zieh euch schon durch. Alles klar. Freut sich schon drauf. Na gut, jedenfalls darfst du jetzt hiermit offiziell die Runde starten. Okay. Ja. Taun ist die Karte. Ja, genau. Überleben der Modus. Und jetzt hab ich die Taster zugeschrappert. Schwierigkeit original, oder? Ja. Alles klar. Countdown abgebrochen. Startest du? Ah, jetzt geht's. Okay. Ja, ich hab gerade eben meine Tastatur geschottet. Wie immer. Das ist irgendwie bei mir Standard. Ich muss mir eine neue Tastatur jetzt wieder kaufen. Ja. Naja, zum Zocken reicht's. Ja, jedes Mal wenn ich so einen Scheiß mache. Soll ich drauf und boah, muss erst mal schon irgendwelche Tasten kaputt machen. Ob jetzt kommt meine... Ob jetzt zimt meine Sterntaste. Klingt zumindest mal schief. Ich kann mit konstant 50 GB aufnehmen. 50 GB ist ja wenig. Äh, ja, ich kann mit konstant 50 GB aufnehmen auf jeden Fall. Äh, 50 FPS. Verbindung zum Horst unterbrochen. Ihr wollt mich verarschen. Nett. Ich warte hier auf andere Spieler. Party ist nicht inaktiv. Party ist nicht inaktiv. Oh yeah. Äh, okay. Ähm. Ihr wollt mich verarschen, oder? Trey Halt. Das kann jetzt nett euer Ernst sein. Wieso ist denn hier keiner online von euch? Also ich bin online. Was ist das denn jetzt? Äh, lol. Ich sehe euch nicht. Ohne Scheiß jetzt. Ihr seid nicht in der Lobby. Ich konnte beitreten. Bist du drin? Wir müssen jetzt warten auf andere Spieler. Ja, dann hier, Matarza LP. Lad mich mal, lad mich mal bitte. Ja, jetzt geht's doch. Ja. Dann komm rein. Join in. Äh, ja. Läuft. So. Schmeckt. Also es lag nicht an mir. Wen denn sonst? Na, egal woran es liegt. Jetzt sind wir jedenfalls hier. Nein, ich bin Zuschauer. Ja, die Runde hat schon angefangen, als wir reingekommen sind. Da ist dann... Okay, ich guck mal einfach zu. Jo. Äh, nehmt ihr auch auf schon? Ja, klar. Ja, da wo du angefangen hast, zu rabern. Ja, sehr gut. Scheiße, jetzt werde ich angeschrieben. Lol, einmal bin ich online. Ich bin ins Team, glaube ich, auch nicht offline. Im Früh schreibt man mich grundsätzlich nicht an. Wieso? Ja. Weil ich Skype habe. Ich habe auch Skype und trotzdem schreibt mir jeder überall an. Wieso hast du 890 Punkte? Wo kommen die 90 her? Drei Life Skills. Ja, multiplizieren kann ist klar ein Vorteil. Addieren. Multiplizieren. Addieren. Ja, und die werden zu den 500 Anfangspunkten addiert. Zombie, wo bist du? Komm runter. Ich will doch nur mit dir spielen. Bruch rechnen. Ich will doch nur spielen. Hey, da ist Finny. Hi Finny. Hallo, hallo. Oh, es geht mir nicht aus. Ja, wir sperren dich jetzt hier in der Ecke ein und lassen uns von Zombies töten. Alles klar. Ey, ich komme echt nicht mehr weg. Da ist Finny. Stürf. Achso, wir dürfen uns schon schießen, oder? Okay. Wir sind Runde 2. Oh, komm, das war mein Knife. Ich bin da unten. Papa, glücklich. Spaß. Du bist nicht down. Ja, fahr's, ey. Ich brauche da genug. Ey, wie schnell war die Runde denn vorbei? Wie viele Zombies waren das denn? Wieso habe ich jetzt schon so viel Geld? So wenig. Ich bin ja mal. Ich bin ja auch nicht Zombies. Krass. Oh, mich schon. Yey. Ja, tatsächlich. Ja, ich habe mir nur noch neben der MP5 gekauft. Ja, das könnte ich direkt auch machen. Ja, das werde ich auch betrachten. So, ich lege jetzt auch übrigens mal fest, dass nächste Woche der Survival Sunday in Black Ops 1 erscheinen wird. Nein, 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 nein. Nein. Hast du Black Ops 1? Hast du Black Ops 1? Dante? Was? Ach so, schmarnig. Ich habe gerade einen anderen Kopf. Don Franke. Da habe ich Black Ops 1. Ich habe alle Titel ab Black Ops. Ne. Ich habe alle Titel ab Black Ops. Äh, ja. Ich habe auch M2 2. Nutzeln für Live Party. Ja. Ja, ist, äh, klar. Wir sind nicht blind, um so. Aber irgendwann war ich halt geschossen. Ja, tut mir leid, zum Spaß. Ist auch nichts los. So, mit Töten ist ein ernstes Geschäft. Für die Besten überleben. Der sind 20 Runden. So low. Die Sterne. Ja gut, dann könnten wir jetzt theoretisch direkt schon mal die Aufnahme stoppen und den Selbstmord begehen. Wo die Besten. So wie letztes Mal, oder? Ja, dann Runde 4 erreicht. Äh, fangen wir mal jetzt auf. Ja, ist doch super. Da war ich echt irgendwie leicht. Lol. Echt genial. Also man muss schon sagen, Leute, wir liefern hier richtig gute Arbeit. Wir sind schon Runde 4 in Eis. Ja. Gibt's ja auch wieder Samtex. Tatsächlich. Bin drin. Jo. Hier, die ist so scheiße. Was? Gnatz. Aber ich bin echt gespannt, wie weit wir kommen. Also als Ziel hatten wir uns ja glaube ich wohl ne 9 oder so besitzt. Ja fürs nächste Mal, genau. Was krieg ich hin? Hm. Aber auch nicht mehr. Ich muss echt nicht mehr machen. Natürlich. Nicht so Level. Boah, da steht ja. Alter. Du haste die Augen durchs Fenster gesehen. Nee. Naja, ich hab dann... Glaubst du, ich guck das Fenster... Ich guck die ganze Zeit auf Kimmer und Gorn. Ach, du läufst immer im Scope rum? Na, das guck ich mir dann am Sonntag mal an. Hehehe. Nicht... Nee, nicht immer. Aber... Da hab ich zugegeben. Scheiß Hardscoper. Ey. Boah. Hardscope Bob. Weißt du, die Leute regen sich über Hardscoper auf, über Quickscoper. Darf man überhaupt noch Sniper spielen? Nein. Jetzt mal ganz ehrlich. Du kannst ja no-scopen. Genau. 360 no-scope. Das Losegut wird jetzt nicht der Wälder schläft. Oder der Commander Krieger ist auch. Keine Ahnung, ob ich den kennt. Nee. Der soll das sein? Gar nicht so... Nein. Der hat da so eine ganz eigene Taktik entwickelt. Wie man das macht. Ich kaufe mir schon mal einen Chuck. Nein, nur kein Geld. Dammit. Lololol. Der Fohl. Hey, nö. Ich hab's. Ja, nö. Wir wollen mich verarschen. Alter. Echt jetzt? Ohne Scheiß. Ich hab keine Muni mehr. Scheiße. Das fängt wieder an. Ja, ich mach grad Rapetrain, okay? Aber wir wollten noch mal einen neuen schaffen. Oh Scheiße, Mann. Oh Scheiße, Mann. Schiech, 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 schiech. Nice. Jetzt reinbratzen wie wachwästig. Oh, die kommen jetzt wieder alle. Gib mir ein Decken. Gib mir ein Decken. Oh, ne, ich bin mitten im Feuer. Scheiße. Oh, ne, oder? Ich glaub, wir können doch mal eine ohnehin. Ohne Scheiß jetzt. Scheiße, ich bin grad in so einer... Ich glaub, wir schweißt ja auch. Ich bin grad in einer ungünstigen Ecke ohne Scheiß jetzt. Oh, ne. Dante, Dante, ne. Schneller, 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 schneller. Mach, 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 mach. Nein, nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Lauf. Dante, bist du da? Bist du da? Schmarrn, Alter. Alter, ich hab grad einen Hänger. Ja. Du an Scheiß, ey. Ein Hängerchen. Bist du da? Nein. Ich werd drauf gehen. Nein. Fini, hilf mir. Ganz schwer. Oh, Don. Danke. Das war Scheiße von dir. Das war verdammt genackt. War Kacke bei Fini, ey. Juggernaut. Mmh. Ist doch egal. Uns geht's hier um den Spaß. Bei Mafia schreib ich nicht mal bis 120. Ja, dann. Schreib ich nicht einmal in 120. Ja, dann. Letztlich schreib ich in Runde 6. Insta-Kit. Yay. Insta-Kit. Mathorzer, erklär mir mal den Spielspaß bei COD-Multiplayer. Ja, das ist nicht unbedingt so im Multiplayer, aber... Oh ja, das war ja... Ey, ich hatte wirklich das letzte Mal... Äh, das erste Mal... Hier in, äh... BO2 Multiplayer leckende Server. Leckende. Ohne Scheiß. Backup 2 hat doch Kacke in den Server. Also, die haben gesagt, die bauen jetzt auf Servern. Zufiel ich noch weiß. Ja, und dann, wenn du... Ich bin aus dem Mods draufgekauft. Ach, Mord, der Server. Ja, wie bei BO1. Blackups 1, ja. Ja, und das hat den Multiplayer-Team nicht... Ja. Verschissen? Verschissen, genau. Macht einer von euch hier drüben mal die Tür auf. Wartet für sie. Danke. Wenn wir grad so schön haben. Bitte. Reparieren. Und, äh... It's time for our random weapon. Bist du dir sicher, dass du jetzt nach hinten rennen willst? Hm. Ja. Ich mein, wieso nicht? Spricht nichts dagegen, oder? Tadam! Hm. Ich glaub, da war... Da war... Da war... Da war etwas Sarkastik in deiner Stunde. Also, ich fühl mich fast wie Justin Bieber mit den ganzen Fanboys, die ihm hinterher rennen. Kauft des Grabsteins. Soll ich mir nen Grabsteins holen? Kauft mein Album! Kauft mein... Verrückt! Fanboy! Looting season fangirl! Ever was a killer! Never let your bitch! What? Boah, ich brauch Muni. Kauf dir welcher. Äh, ne. Eigentlich wollte ich ja jetzt... Oh, dammit. Oh, dammit, dammit, dammit! Keine Muni mehr! Oh, man. Da sind ein paar ins Ami her, könnt ihr mir mal... Oh, ich komm noch durch. Ich komm noch durch. Ich komm noch durch. Okay, jetzt brauche ich mittlerweile schon ein halbes Magazin für eine Tunze. Antorasa, kommst du klar? Ich hab keine Muni mehr! Oh, dammit! Nee, ich hab grad ein bisschen... Knackes hier. Nih! Zeit für mal Granaten, würde ich sagen. Au! Ich glaub ich da... Und ich brauch schon wieder Muni. Ich lauf jetzt schon ein bisschen... Zeit ohne Muni rum. Echt? Finde ich nicht so präglich, ne. Nur mit... Das ist gut. Na, das ist natürlich auch praktisch. Natürlich. Er braucht schon... Ähm... Munition. Ach, ihr seid mir dahergerannt... Und habt mir meine Zombies geklaut. Ja. Genau, sowas. Finde ich aber... Äh... Nicht so nett. Und so. YOLO! Oh, Mann. Ja, genau. Äh... Ich glaub, it's time for a Perk. Which one? Versuch mit Juggernaut. Juggernaut hab ich schon. Juggernaut, ja. Ach so. Ja gut, dann... Oh Mann. Also ich weiß nicht, ob das so fickelnd ist, wenn wir die Rave-Trains irgendwie vermischen. Wir machen Rave-Trains? Weil wir dann... Irgendwie ziemlich gegenseitig pullen und dann irgendwie jeder in der Klemme steckt. Ja. Also... Das wird zumindest dann im... Mitstrich lag, ja. Das ist richtig. Fuck. Ich hab schon wieder keine Money, ey. Ohne Scheiß. That's not funny. Vermietes! Oh, hab schon wieder nur noch 13 Schuss. What the fuck, ey. Ach, Instagram ist ja drin. Ja. Wieso schieße ich dann? Na, was sonst? It's fun, ne? Life's Chicken Slash Day! Wo gibt's denn hier? Aber ich vergesse immer, wo es die Perks gibt. Ich glaub, ich werd mir dann erstmal die... Soll ich mir den Raps denn holen? Kann man punchen. Empfehle ich dir. Damit ich die Perks nicht verliere, wenn ich sterbe, oder? Ja. Ja, das ist sehr verdammt. Und dann werd ich mir gleich noch einen Perk holen. Ich muss erstmal den Katzen holen. Wo's die denn gibt? Oh man. Ah, das gibt's in der Bank. Das hab ich schon aufgemacht. Oh man. Ich glaub, wir sollten jetzt doch ein bisschen Taktik reinbringen. Verlange halten... Also halten die's nicht mehr drauf. Puh. Taktik ist voll leihreulich. Oh man. Und nicht auf der Treppe stehen bleiben und... Muni, 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 Muni. Oh, Death. Blocks. Nicht so geil, nicht so geil, nicht so geil. Auf gar keinen Fall. Wieso nicht? Keine Muni mehr. Und überall Zombies. Oh man, oh man, oh man. Ja, dann bleib am besten bei uns. Ja, wo seid ihr? Anscheinend zu rennen und die ganzen Zombies mitzunehmen. Wo seid ihr? Wir sind ähm... Ah, ich bin dran. Oh ja. Muni. Auf jeden Fall. Alter, ne Sekunde zu früh eingesammelt. Dann hätt ich jetzt nochmal 30 Schuss zusetzen. Nice! Nice Reaction, oder? Ja! Von den... Lauf doch! Instant Kill. Ja und ne New. Boah, das war jetzt geil. So, was gibt's hier? Ah, die kenn ich doch immer, ja. Sweet Cola. Was hast du für ne verrückte Bitch gewesen? Einfach mal so runter. Okay, ich hab vier Perks. Lass da rein. Vier? Vier Perks. Ich geh immer noch auf Juggernaut rum. Ich hab Grabstein. Speed Cola. Incoming. Oh man. Speed Cola ist ja auch schon da. Okay. Oh man. Schon wieder keine Muni. Das gibt's nicht so. Wow. Ey dammit. Ich glaub ich werd jetzt sterben. Oh ne Scheiß. Wieso? Keine Muni mehr. Ich bin dabei. Geh weg die Frau Muni. Geh weg die Frau Muni. Sie kommen. Wow. Oh. Klassisch. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass die mehr stolpeln als die. Ich weiß nicht. Yay. Double Points. Und wir haben übrigens unser Ziel geschafft ne? Auf jeden Fall. Zehn. Sind wir's gerade? Jo. Oh man. Natürlich sehr geile Idee. Unimuni. Unimuni hier runter zu rennen. Oh man. Unimuni. 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 Muss ich auch noch mal besser holen. Ah. Das hat Spaß. Sehr gut. Sweet. Nett. Jetzt aber erstmal mit Perks bestücken hier. Auf jeden Fall. Da gibt's erstmal ne Flasche Speed Cola. Abschreiben. Vier Perks kann man haben ne? Ja. Jo. Dann hol ich mir noch's Dammen ab. Dammen ab ist scheiße boss. Nicht auf dieser kleinen Lab. Ja. Und anschließend. Oh damage. Na. Ja. Wohnt das jetzt noch eigentlich Barrikaden? Äh 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 Zerephäen? Nein. Nicht okay. Ich glaub nicht. Ich mein so viele Punkte bringt das im Mid-Game auch nicht mehr. Ja eigentlich nicht. Das ist irgendwie. Dass es sich noch lohnen würde. Scheine! Ich hab jetzt mal vorsichtshalber noch Muni. Winni. Auffassen. Ui oi 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 oi. Jo. Oh man. Und ich hab schon wieder keine Muni. Ey wollt ihr mich verarschen? Och ne. Aber auch keine. Och ne. Dante. Äh. Don Franke. Wo bist du? Raus. Ah ich seh dich. Boah da ist ein schöner Raptor hinter dir. Oh ja ich hab ja auch grad was am Arsch geklemmt. Oh dammit. Dante wohin? Wohin? Alter ich hab grad. Sorry again. Danke ich bin hinter dir. Ok. Nein ich hab dir einen Befief eingetauscht. Nein 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 nein. Oh dammit. Ich hab dir einen Befief eingetauscht. Oh dammit. Was? Äh bitte halten und Zombies nicht füttern. Ah was du mit dem Grabstall eingesetzt. Ich hätte dich als ein Befief eingetauscht. Woah. Ja. Weiß ich nicht. Hm. What. Da. 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 Was war das? Hab ich mich gerade fertig gecheckt. Da stand Zombies nicht füttern. F drücken. Äh okay. Alles klar. Ich sichere nach oben ab. Lauf. Oben ist frei. Nice. Ich hab noch 3 Schoße. Ich gucke mir alles Harmonie. Haben wir einen Crawler? Ja gut jetzt. Nein. Keine Perks mehr. Dammit. Achso da ist mein Grabstein. Ja. Nett. Yeah. Urung geschafft. Freigeschalten. Franz auf einem Grab. Ab welcher Runde sollte man punchen? F5. Fini. Alter da ist wer hinter mir. Schieß doch. Wow. Hab ja geschossen. Die Granat hat gepasst. Nein. Wow. Ich glaube ich werde erstmal die Pistolen punchen. Ich bin mir nicht sicher. Die Pistole echt. Ja. Okay ich bin runter. Und wer hat hier direkt wieder von irgendwelchen Pitches angegrabbelt. Pitches und Pitches. Oh die schlucken jetzt übel viele gerade. Die wollen mit in den Rape Train aufgenommen werden. Sind all das Rape geil. Oh ja. Nicht so cool. Hab keine Muni. Oh Gott. Wird laufen. Doppelte Punkte. Ich lauf jetzt einfach immer um die Wand. Und irgendwann sterbe ich. Ich will nicht sterben. Nein. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh man. Das sind ganz schön viele. Ich bin im Spawn. Lol. Da spawnt einer. Ich werd blockiert und ich sterb. Das ist doch scheiße so was. Ohne Scheiß. Das war ja zum Glück grad nicht knapp bei mir. Da spawnen die scheiß Viecher vor mir und ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh nein 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 nein. Was für eine Crap Bitch. Nice. Oh man oh man. Bei der Muni mehr. Alter ich muss auch schon wieder welche kaufen. Das war grad dezent scheiße und jetzt hab ich gar keine Perks mehr. Das ist nicht gut. Ich muss mir ne random Waffe kaufen. Ich komm mit der nicht mehr klar. Oh. Bei mir lagts grad irgendwie. Ja das ist der Pin. Ich hab. Echt jetzt? Ja. Nett. 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 Ich hab kein Fadenkreuz. Wieso hast du keinen Fadenkreuz? Nein. Alter ne. Ohne Spaß. Leute. Ohne Spaß. Ich hab's jetzt am Waffenkreuz. Hast du jetzt im Ernst die MP5 gepickert an? Ja. Du bist wahnsinnig. Du bist nicht genug. Du bist nicht genug. Du bist nicht genug. Du bist nicht genug. Anderen Raidtrain gelaufen. Das ist Insta Kill. Ja. Läuft. Ist ja schlecht wenn man die MP5 Packer puncht. Das nicht. Aber zu früh kann dir das genug sprechen. Achso. Hast du ja erzählt. Weil du die Munitionskotz nicht decken kannst. Hast du jetzt ne Schalli drauf oder was? Nö. Schalli nicht. Oh Mann. Kann ich nicht mehr. Wart mal. Regel ich das jetzt. Merkst du ammo? Zu spät. Ich hol's. Ja. Weiter mit Star. Hol ihn. Was? Okay. Big Star. Ja ist gut. Hast du Dingens benutzt oder was? Tom Storm. Ey ich will hier grad ein paar Perks kaufen. Ich kann nicht. Ne. Ich kann nicht. Was ist hier los? Krieg's was Cheater. Was gibt's hier? Doppelte Feuer. Malzbeer. Ja das ist geil. Malzbeer links von uns dort. Och ne. Boi. Crawler am Leben lassen oder nicht? Ja. Lass am Leben. Definitiv. Crawler. Au. Dammit. Nein 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 nein. Nicht gut. Da ist doppelte Punkte. Doppelte Punkte. Ist ganz schön viel los. Hinter dir Fanny. Immer ein bisschen auffallen. Danke. Achso die steigen da du auch. Okay. Ja. Boah da sind noch viele mehr. Oh ne. Ne. Ich glaub das war zu früh runter gesprungen. Noch nicht. Schweine. Schweine. Oh, ich wurde drunter geschubst. Nicht nett. Oh, ich bringe neue Spielkameraden hoch. Nein, nein, jetzt blockiert er mich schon wieder. Oh Mann. Und das sind noch welche. Keine Muni, nicht nett. Die Tür ist sehr forträtig. Die Welle durch, nein, ist die nicht. Ihr seid so still geworden auf einmal. Ja, ist gerade ein bisschen... Vollste Konzentration und so. Konzentrationsintensiv, sag ich mal. Ich weiß nicht, ich hab's für die Konzentrations- oder Einbau nur... Ich hab kein Thema zum Schwafeln. Stimmt, wir sollten jetzt ein Thema suchen. Aber ich weiß nicht, ob das so erfolgreich wird, wenn wir nur noch... Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, sagen. Doch, das... Da bekommen wir sicher ein paar hundert Millionen Abonnenten. Natürlich, wir, wie jeder. Nur mit fuck und oh, fuck. Da gibt's doch schon ein paar, die es schaffen. Oh, ne Scheiß. Soll ich das auch nehmen, wiederbeleben? Ja, ich glaub, das lieber lass ich euch. Da kommen Leute hoch. Ach, nicht sowas. Dafür streckt's mich. Nett. Guck's haben wir hier. Erstmal die Mobilgranaten da verwandt. Sonnen. Nach unten. Ja. Oh, ne, keine Muni. Och, ne, da ist wer oben. Hat wer Muni? Äh, da ist n' hier. Hm? Waffels, da sind Gegner zu oben. Jo. Okay, kling. Nein, doch nicht. Oh, Mann. Ja, ich glaub, die wurden alle weggehebt. Oh, Mann. Nein. Zombies. Oh, da kommt's ein Fini. Schön halt. Ich muss runtergehen. Ach, ne, die kommen jetzt auch von oben. Oh, Gott. Ich bin gleich da unten. Oh, Mann, ey. Scheiße. Ich sichere nach oben. Um ist frei. Ob oben frei ist oder nicht, ist mir egal, lass mich hier raus. Ja, ist ja gut. Du, Rapetrains die mal ein bisschen und ich mal weif. Oder auch nicht. Pass auf, komm schon. Nicht, nicht, gehe, gehe. Wartor, sag. Ja. Mit dir muss ich erst auf den ersten Wörtern reden. Ich sage, Rapetrains die und du sie als ab zu mir, kann ich nicht wirklich helfen. Ja. Ja. Nur sagtest du das, als ich schon weit hinter euch war. Vom Laufweg der Zombies. Da kann sowas schon mal passieren. Oh, nett. Hört sich aber geil an. Ist die MP5. Pecker Punch, da war. Wie ist die an? Da waren viele Punkte in der Punkte und du kriegst nicht so viele Punkte. Ich bin wieder da. Äh, Grabstand. Wer ist das jetzt? Ich bin gleich wieder da. Ja. Okidoe. Puck, Mann. Och ne, och ne. Lass mich doch in Ruhe. Och ne. Och ne. Oh, der, äh, alter, spielt da noch mit, oder nicht? Ja. Bin wieder da. Ja. Gut, weil, du wolltest, du solltest. Du musst nur meiner Mutter, das muss jetzt meiner Mutter erklären, dass ich sie sich wieder in den Nahkamerad hole. Alles klar. Oh Mann, oh Mann. Das ist ein Crowder auf dem Boden, nicht cool. Ja, neu. Ja, like, alter. Leck mich doch fett. Ich hab kein Mini mehr. Nein. Dreh dich doch um. Das schaffst du, Fini. Bitte was? Das schaffst du. Aber wie sagst du so wenig Perks? Ja, weil ich gerade, ähm, Dingens hier. GESTORBEN BIN! Wie das ja aussah. Du holst ja Munition, guckst um die Ecke und dann schon die ganzen Zombies. GESTORBEN BIN. Granate, komm. Ja, ist egal, du kannst hier reingelassen, wie das ist. Nein. Lauf, nicht, zieh dich, blocken. Blocken, uncool. Alter, da leck ich wieder. Du, du untoter Sack. Weißt du, wir müssen uns auf. Nein, 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 nein. Die kommen von hinten, Jungs. Und runter. Wechseln wir. Nö, Fini ist grad noch. Recht gut dabei. Nicht auf die Crawler. Nicht auf die Crawler. Guck, was vor dir ist. Alles klar. Guck mal, was hinter mir ist. Nein, da kommt wer von oben. Oh, Mann. Och, nee, das war vielleicht nicht so eine gute Idee jetzt in dem Zeitpunkt. Egal. Nein, du, 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 du. Nein, 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 nein. Oh, nee, jetzt beginnt es wieder bei mir. Das war schon mal. Nein, 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 ich hab keine Muni mehr. Ach, Mann. Schneller. Nachladen, nachladen, nachladen. Nachladen. Nein. Einfach laufen. Wo die Rennen laufen, ist so. Halt die Fresse, der Crawler hat mich jetzt nicht erwischt, oder? Doch. Halt die Fresse. Nein, das reicht für heute. Nein, ich will doch mal. Ja, wir können ja gerne jetzt auch eine Runde spielen, aber dann off-cam. Ja. I know. Oh, Mann. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden du das machen wolltest. Meine Festplatte hat auch eine Begrenzung. Wie lange? Die Festplatte hat auch nur drei Terabyte. Das war jetzt eine halbe Stunde, oder so, würde ich sagen. Ja, ich hab 400 Gigabyte frei gehabt. Ja, eine halbe Stunde kommt etwa hin. Locker. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der Woche wieder. Diesmal dann leider ohne Fini, denn er hat leider keinen Backups. Vielleicht hole ich's mir. Ich weiß nicht. Das wäre natürlich cool. Ja. Das wäre, ja, super. Na gut, dann. Äh, 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 äh. Jetzt hat sich schon mal einer totgeart, jetzt irgendwo. In China, 1993. Echt? Ja. Ach, ach, als dieser Sack Greis umgefallen ist. Dem ist einfach so die Luft weggeblieben. Weil das so aufregend war. Genau, weil das war nämlich das Leben. Deshalb hat er bloß auch A gesagt und deshalb ist er dann gestorben. Alles klar, okay. Na gut, dann in dem Sinne würde ich jetzt doch jetzt wirklich mal sagen... Auch von meiner Seite und von allen Seiten, würde ich sagen. Ja, von vorne, von hinten. Von links, von rechts. Von unten, von oben. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.